Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. Wir sind in Luca angekommen und sind jetzt hier erstmal ein bisschen am Umschauen, weil auch ein anscheinend entdeckt wurde. Wir schauen uns aber erstmal so ein bisschen um. Was haben wir hier? Was ist das? Oh, ein Albet-Lexikon, Band 7. KSG. Was kann man jetzt hier machen? Willkommen in das Fernoper. Möchten Sie in die Loge? Ja, gerne. Äh, was? Keine Musikführer Ihnen verfügbar? Bitschärin. Okay. Ich hab keine Ahnung, was man hier dann machen kann. Wenn das irgendeiner weiß, kann er mir das mal in die Kommentare schreiben. Ich hab selbst wirklich gerade null Ahnung, was man da machen kann. Gehen wir jetzt aber erstmal Richtung Rotter Pfeil. Okay, wo sind wir jetzt? Das ist ein ziemlich großartiges Stadt. Luca ist die zweite größte Stadt in Spira. Ich dachte, dass jeder Stadt klein war. Wie wie Besaid und Kilika. Die Stadt nicht immer größer als das. Warum? Weil, wenn viele Leute zusammenkriegen. Zinn? Oh. What about Luca? It's safe here? It's not any different. But the stadium is here. The Crusaders fight to protect it. With all their strength. They protect the stadium? Blitzball is really the only entertainment that we have. Spira's a little short on fun these days. Whoa. Talk about pressure. That's right. Is Xanarkent like this too? Hmm. Hmm. Well, there are more buildings. All tall ones. And cramped together. Oh. Ja, Xanarkent war schon beeindruckend. They must be so tall. Don't you ever get dizzy? Let's go find Sir Orin. Alles klar, dann suchen wir ihn mal. So, also müssen wir erstmal hier rein. Okay, wo könnten wir Orin finden? Ach, wir sind nicht in diesem Café jetzt. Dann schauen wir uns mal was um. Was ist los? Okay, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen rum. Was ist los? Why not talk, Kimari? Not see Yenke for 10 years. Say something. Kimari forget Yenke? Forget Biran? Leave Kimari, Yenke. Kimari is small, Ranzo. Kimari so small can see Yenke and Biran's faces. Kimari forget Ranzo, friends? We taught you much at time of Hornmold. Biran taught Kimari to be strong, Ranzo. Maybe taught too much. Oh. Jetzt gibt's auch erst. Jetzt gibt's auch erst. Jetzt gibt's auch erst. Take it outside, the tournament's starting, you hear? The game. Today on this glorious day, players from all over Spira have assembled here to participate in this great contest of bravery, skill and strength. Okay. All of these fine teams equally renowned deserve to win the cup today. Such is the nature of this contest. Let us the spectators play our role accordingly. Let us sing to the glory of the winners and applauded equally the valor of the defeated. Contestants, may Yenke be with you. What a call. And the Spera-Vogel getting filled. Okay, that's a bit of a failure. We're already prepared. Ich finde das richtig beeindruckend gemacht. Also dieses Gebiet Luca gefällt mir richtig. Ich mag das. Oh. Die Besaid-Arocs haben schon angefangen und wir sind nicht dabei. Das kann ich auch ohne uns schaffen. Das sind hier nur ein paar Albeds. Und das Spiel fängt an. Komori, Yuna ist weg! Was? Vivos, Yuna! Where in Spira have you been? Huh? Yuna hat sich verabschiedet von Albed Sykes. In exchange for her safe return they want the Arocs to lose. What? If they're only Blitzball players I doubt they do anything drastic. But we shouldn't take chances. Let's go get her. I'm going too. This will be no problem. They're telling the Arocs to throw the game. As if they needed to. I mean, how good a team can they be? Ah, das stimmt schon aber. He'll take care of the game. We should go get Yuna. The Albed boat is in Dock 4. Let's go. Then it's time for Yuna to retten. What for hinterhältige Arschlöcher. Ich dachte, die Albeds wären eigentlich so relativ freundlich, weil sie uns ja damals dazu gerettet haben und auch Essen gegeben haben. Ja, von wegen. Dann wird sie mal die ganze Zeit. Oh, Aroaka. Ausrüstung ansehen. Das würde ich eigentlich ganz gerne kaufen. Wie viel kostet das? 500 brauchen wir noch. Komm, wir können mal ein bisschen Schrott verkaufen. Tonierball. Wappen. Wissensstores brauchen wir nicht. Blindwappen bringt uns nichts. Ah, das nehme ich mal auf. Rudenstab brauchen wir auch nicht. Hier noch ein Blindwappen. Und wir müssten Glück haben für das Ritter Dano. Das wird uns nämlich noch... Das wird uns nämlich weiterhelfen. Dieser Gemachschlag ist so verdammt stark. Oh, 600 Geld. Ja gut. Was haben wir hier? Nummer 600 Geld. Eine Wasserlanze. Was Gemachschlag ist, werde ich gleich in den nächsten Kämpfen erzählen. Also es sollte halt schon klar sein. Es sollte wieder zum Kämpfen kommen. Was sind das? Alles klar. Gut zu wissen. Wir greifen ihn mal an. Okay. Anleifen. Und du? Machst bitte mal hier drauf Blitz. Ja. Dachte ich mir. Und? Ne, der hat noch keinen gemacht. Ähm. Gemach ist eigentlich nichts anderes als... Du wirst... Der Gegner wird scheiße langsam. Also Hass verdoppelt ja die Anzahl der Runden mit dran ist und Gemach halbiert das. Hier können wir jetzt nicht natürlich auswechseln. Allein schon weil Waka und so... Waka ist ja im Turnier und Yuna hat andere Probleme. Zwei Phönixfedern? Ach hier sind wir jetzt. Weil wir sind bei unserem Pier. Das würde auf jeden Fall jetzt noch weitergehen. Es gibt ja auf jeden Fall noch einiges zu looten. Da kommen neue Maschinen. Und... Zack. Ich sagte zack. Da. Der hat gemacht. Der ist ja nur noch halb zu oft dran. Da seht ihr es. Der Bubi geht jetzt auch schon mal weg. Und du kriegst es auch noch auf die Schnauze. Und... Tschüss. Ah das ist kein Thema. Oh High Potion und Nix Potion. Nice. War ich hier noch etwas? Ich glaube nicht. Nein. Richtig ein nicer nicer. Und schon wieder welche. Zack. Zack. Werte Schwarzmagierin. Einmal Ritzeln. Werte Schwarzmagierin. Sehr schön. Zack. Und... Tschüss. So. Weiter geht es. Oh. Dann... Wurzelt du den immer weg? Sehr schön. Nein. Du greifst nicht normal an. Der wird weggewurzelt. So. War es das jetzt? Alles klar. Ähm. Ich guck du mal eine Potion. Oh. Und wieder direkt nochmal an. Und den noch ein bisschen auf die Schnauze. Du beißt den an. Und der wird weggebrutzelt. Und der kann jetzt auch drauf gehen. Zack. Jetzt aber war es das. Geht doch. 6 Hay Potions. Richtig nice. Was ist los? Was ist los? Komm schon Waka. Ja. Oh oh. Alles klar. Hier würde ich euch nochmal empfehlen. Einmal schnell... Ja komm. Speichern kann man eigentlich auch. Und komm. Das eine Sphäre Level können wir eigentlich nochmal kurz... verwenden. Ja gut. Hier hat es jetzt eher weniger gebracht. Aber hier so ein bisschen NP ist nicht schlecht. Wir mussten jetzt auch viel lang gehen. Na. Ja. Ja. Nur mal kurz teilen. Und auf geht es. Die wollen abhauen. Ja das sollte noch drin sein. Gut. Was ist das? Was ist das für eine Apparatur? Ja. Ja. Den Kampf kann man sich erheblich vereinfachen indem man den Kran benutzt. Problem ist. Genau. Der braucht Strom. Äh. Können wir sehen was der... Ja. Können wir. Ähm. Okay. Wir fangen jetzt einfach sofort an. Wir gehen... Den jetzt erstmal ein bisschen Saft. Der bewegt sich kurz. Und wir machen jetzt schon mal direkt... Hast auf Lulu. Lulu ist der wichtigste Charakter hier. Und nochmal Blitz. Und nochmal Blitz. Problem ist wenn wir momentan angreifen würden. Würde uns die Maschine blenden. Oder halt verstorben. Wir machen jetzt mal kurz ein bisschen was. Und dann kommt das Kran. Und der Kran läuft. Und dann wird es der Kampf auch schon so ziemlich vorbei. kann einmal ein bisschen drauf rum tippen und das ding wird auseinandergenommen zack und man beachtet den wundervollen schaden von 5344 jetzt nur noch ein bisschen und das war es also ziemlich der herrte ist der boss hat den ich hier gesehen habe und jonas was ist mit diesem fight? nein ja man sieht wir bekommen elexion und bomba blitz ok also die belohnung von diesem fight war nicht so wirklich spreckelnd was ist mit hier los? was ist mit hier los? es war diese all bed that saved my life when i first came to spira they took me on their ship even gave me food i was kind of hoping that this was the same ship but it's not i wonder if they're all gone what happened sin came up near us i made it out okay but i don't know what happened to their ship um was there anyone called sid on that ship i don't know they were all speaking that out bed language i see so who's sid he's my uncle but i've never actually met him mm-hmm wait so that means you're all bed to yuna on my mother's side yes sid is my mother's brother he became distant after my mother married but she told me to seek him out if i ever needed help you're worried he was don't tell waka about yuna's lineage the thing about waka he never had much love for the op-ed wow i i gotta tell waka i thought i told you not to tell waka the game oh okay good sign come that you can do it wow a long pass from leddy wow oh wow oh wow Jawohl! Oh-oh! 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 Gut! Jonas, nicht ein! Und in der nächsten Folge geht's dann auf zum Blitzballtonier. Ich freu' mich! Bis dahin! Tschüss!